jetzt meine freunde der leichten und seichten art keine ahnung ich wollte irgendwie stürmwaffe irgendwie so richtig abgekackt oder so willkommen zu einem branden video auf dem kanal und heute ist mal wieder the face aka the chicken dabei ja ich werde ich für den einschnitt den ausschnitt einwartet hier und ja genau wir spielen heute mal eine runde skywars und hier we go der team schicken nennen wir uns ja team schicken alter team chicken ist am start ja mann so machen wir hashtag team schicken ja jetzt gibt's spiegelein deine verwandten werden vergrat gebraten von deiner ma oh fuck junge deine ungeborenen verwandten wo bist du ich bin in der mitte gestorben ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet oh mein gott du bist so ein locker alter du bist gestorben du wurdest zu schicken gemacht oh mein gott ich schicken macknack jetzt so ich werde euch jetzt essen nein julian bitte 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 nicht mein ihr opfer So Julian, du bist dir aber auch hundertprozentig sicher, dass du uns essen wirst, oder was? Ja, wir haben da noch so ein paar Scheine ewig, ich weiß, wir können das ganz friedlich klären. Nein, ich werde euch jetzt essen. Du Arschloch, Mann. Geil, Junge. Ja, wie muss das für einen klingen, Alter? Ja, ich gehe mal kurz meine Freunde essen. Ey, das nimmst du jetzt nicht ins Video, ne? Junge, fünfte Face isst Freunde. Also, also, ich esse jetzt kurz meine Freunde, wie gesagt, und dann bis gleich, ne? Junge, fünfte Face isst Freunde. Junge, fünfte Face isst Freunde. Junge, fünfte Face isst Freunde. und waren deine freunde lecker ja so mitte prächtig haben also sie war nicht so ganz so wie ich sie mir vorgestellt habe nicht so saftig leckern aber sie waren gut der typ in der mitte hat sich ausgewirkt schnell ich habe kurz das archer kit abgestoppt ich habe noch zwei wir müssen den armboss finden ne junge das ist zu viel risiko aber es sind alle in der mitte ja die art ihr brust kann ich gut gebrauchen und wasser einmal lange ja gut okay dann sind wir ungefähr gleich gekippt ich gebe dir einmal kurz ein bisschen abharrung blindheit und regeneration wenn wir angreifen werfe ich uns beide schnell die regeneration ab ich habe auch regeln scheiße wenn hier und die chicken army wird hier gerade gerüstet ja ich wurde richtig gebraten so richtig saftig oh mein gott jetzt kriege ich hunger aufschicken ich habe einen bogen stärke 3 also wir müssen ja auch stärke 3 komm runter in der kiste sind was gut ist ich schieße die da drüben mal ab habe mir gleich meinen ersten kill abgestaubt junge hast du trank der regeneration sonst bin ich tot ich bin tot hast du erwachst überhaupt ein kit wenn du auf den bogen gehst hast du kids also kannst du kids auswählen wenn du welcher ist aber nicht dein ernst wusste ich noch gar nicht komm schnell rüber zu mir zu den anderen gut hab ihn nein junge das war ein hex ich bin zurück geflogen wie sonst noch was ich habe ich habe gesehen ich hab's gesehen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020